Hier vorne ist ein Geldautomat. Also es ist auf jeden Fall besser, wenn wir jetzt hier noch mal kurz Geld abheben. Heb du Geld ab, ich guck. Wenn ich sag, haben wir ein Codewort? Ich sag einfach rennen. Ach so, ich hab ja die Kamera. Warte mal. Was sagst du? Ja, warte, warte, warte. Was suchst du? Warum ist das Handy an zum Teufel? Hä? Mach aus, warum ist denn das an? Warum ist das Handy an? Scheiße, ey. Okay, schnell weg hier. Ja, ich... Was suchst du denn? Die Karte. Ich hab doch die Karte. Ach, sag das doch.